so herr schmidt was ist in der heutigen zeit wahrer luxus wahrer luxus schwierig etwas was der mensch nicht unbedingt braucht aber was einfach sein leben unheimlich angenehm und schön macht oder um den bogen zu spannen s klasse etwas was die neue s klasse in perfektion anbietet sie macht das leben schöner angenehmer sicherer komfortabler okay das hört sich schön an ist aber noch relativ generell vielleicht können sie das konkretisieren ja also für uns ist die s klasse nicht nur ein auto es ist ein lebensgefühl wir sagen auch wellness on wheels sprich wir bauen das auto für sehr anspruchsvolle kunden die eben nicht nur von a nach b fahren wollen sondern die entspannt fahren wollen die sicher fahren wollen die ein wohlfühl gefühl haben wollen und die einfach sich zu hause fühlen und zwar zu hause in moderner in international geprägter form und wenn sie das auto anschauen gerade das interior anschauen bilder gesehen hier ist alles hochwertig hochwertige materialien hochwertig verarbeitet sehr individuell und wir sagen das ist stil wir sagen das ist mercedes besteht bei so viel wellness on wheels vielleicht die gefahr dass man gar nicht mehr aussteigen möchte steven gehtchen wollte ja gerade schon einziehen ja die gefahr besteht in der tat und wenn sie jetzt analysieren ich glaube jeder weiß dass egal wo sie herkommen wir verbringen leider immer mehr immer mehr zeit im auto und in einem so angenehmen auto wie in der s klasse macht es wirklich spaß und ja wir bieten einfach in dem auto nicht nur ein wohlfühlgefühl wir erfüllen natürlich die forderung nach sicherheit nach komfort nach motorleistung und das schöne daran ist meine damen und herren da sie nicht auswählen müssen will ich jetzt komfort will ich sicherheit will ich ambiance sondern wir liefern mit der s klasse einfach alles oder anders ausgedrückt spitzen klasse in allen disziplinen aber wie viel luxus braucht der mensch tatsächlich kritiker könnten ja sagen eine hot stone massage muss im auto jetzt nun wirklich nicht sein ich also ich finde das toll eine hot stone massage aber okay wie gesagt vieles muss nicht sein aber sehr angenehm wenn sie es haben aber in der tat ist natürlich der wunsch nach luxus sehr individuell aber für mich ist eines noch ganz ganz wichtig luxus und damit auch die s klasse war schon immer ein innovationsmotor für viele entwicklungen die nachher bei uns bei mercedes-benz aber auch bei der gesamten branche platz gefunden haben ich selber habe vor über 30 jahren angefangen damals war luxus sie werden lachen sind natürlich waren sie ganz ganz sicherlich auf der welt aber jetzt spaß beiseite ich habe in sinn und wegen angefangen weiß noch gut damals s klasse elektrische fensterheber das war damals der sensation ja das war damals luxus und die leute haben gesagt wieso brauchst du eigentlich menschel mit seinem witz ja du kannst du eigentlich hochkurbeln ist kein thema heute undenkbar heute hat jedes auto elektrische fensterheber aber nicht nur solche dinge ich sag mal esp airbag abs sind alles dinge die wir in der s klasse erfunden entwickelt haben und natürlich heute praktisch standard sind nicht nur der s klasse sondern in allen autos und ich bin hundertprozentig sicher thomas weber die deutsche haben ja viele innovationen vorgestellt insbesondere die innovation unter dem titel intelligent drive sind so sensationell dass sie garantiert in einigen jahren vielleicht jahrzehnten ja eingang finden in alle unsere automobilen ich denke zum beispiel an den stop and go pilot das ist einfach sehr angenehm über den wir vorhin gesprochen haben wir gesprochen haben sei sie setzen sich rein und fahren wirklich teil autonom das heißt sie müssen weder gas geben noch bremsen noch müssen sie lenken also bei niedrigen geschwindigkeiten ein tolles feature natürlich wollen sie wollen sie nachher wieder wieder gas geben und selber fahren mit wenn die straße wieder frei ist aber eine funktion die glaube ich erstens unterstreicht unsere vision von emissionsfreien fahren und zweitens sicher einzug halten wird auch später in andere automobile und sicher auch in andere marken volkert sagen man muss ja bald gar nichts mehr machen gar nicht mehr selber fahren man muss nicht mehr kurbeln sagten sie elektrische fensterheber jetzt müssen alle ins fitnessstudio man muss nicht mehr kurben muss nicht mehr hart durchtreten bei der bremse ja fitnessstudio können sie leider nicht in der s klasse machen müssen wir und thomas weber müssen wir noch was überlegen ja scheint eine idee zu sein aber sie haben natürlich massage ja hot stone massage wo sie dann ganz gezielt partien ja durch trainiert können was ist denn ihre lieblingsinnovation in der neuen s klasse ja meine lieblingsinnovation ja ich habe schon vorher thomas weber gesagt was sie einfach fantastisch bin ist dieser fliegende teppich das heißt diese stereo kamera kann voraussehen was für ein straßenbelag was für der straßen unebenheit da ist und stellt dann das fahrwerk so ein dass sie praktisch wieben fliegenden teppich fahren können das ist eine von vielen ich habe schon vorher gesagt intelligent drive subsumiert eine vielzahl von komfort und sicherheitsfeatures die einmalig sind die die nur wir haben die nur wir in der s-klasse haben und deswegen ist es schwierig auch sich auf eine ein feature zu fokussieren was ist denn mit dem thema multimedia für meine generation und die jüngeren von denen es natürlich nur weniger gibt die noch jünger sind aber ein zentrales thema ja ja für mich auch noch ganz wichtig wir entwickeln dieses fahrzeug für kunden die sehr anspruchsvoll sind die auch in der regel wenig zeit haben die arbeiten wollen oder sich entspannen wollen nach einem anstrengenden termin das heißt wir haben ja im fond in der s-klasse eigentlich zwei themen bearbeitet einerseits entspannung wohlfühlen das heißt wir haben liegesitz wunderbar sie haben sie bild gesehen wir haben auch eine stereo anlage und meine damen haben ich würde sie wirklich einladen auch wenn sie nachher vielleicht vieles sehen wollen aber eines wirklich wirklich anbieten und ihnen empfehlen sich mal die stereo anlage von burmester anzuhören das kann man nicht beschreiben das muss man hören ja es einfach fantastisch ich habe so ein konzertsaal konzertsaal atmosphäre noch nie gehört das ist einmalig das heißt sie können entspannen sie können relaxen nach einem termin aber sie können auch arbeiten das heißt sie haben logischerweise internet sie haben alle entertainment funktionen diese überhaupt gibt übrigens wenn ich jetzt hier vielleicht anmerken darf an die kollegen von airbus sie können das bedienen mit einem smartphone ohne kabel also ohne lästige herausnehmen aus der s-klasse oder aus der first class von von airbus vielleicht eine kleine anregung was sie können also mit ihrem mit ihrem smartphone den liegesitz bedienen sie können die entertainment funktionen bedienen und sie haben selbstverständlich internet zugang über hotspot also insofern alle annehmlichkeiten der welt aber auch alle möglichkeiten zu arbeiten sie haben vorgesehen wir haben auch einen sehr sehr praktischen funktionalen tisch denn wir sprechen immer von papierlosen büro ich zumindest muss sagen trotz allen kommunikations möglichkeiten die ich habe habe ich leider immer noch sehr viel papier und bin sehr froh dann wenn ich hinten sitze auf einem tisch ergonomische durch optimiert dann auch papierarbeit machen zu ich finde schön dass wir jetzt hier so reden auch ein bisschen ausführlicher wir müssen nämlich das gewitter abwarten meine damen und herren deswegen möchte ich sie jetzt besser deswegen würde ich sie gerne auch noch auf etwas ansprechen wo ich gestützt habe beim einlesen in das thema und zwar das stichwort beduftungssystem was darf ich mir darunter vorstellen ja ich habe gesagt wir wollen den den kunden das leben so angewinne angenehm wie möglich machen und dazu gehört nicht nur liegesitz oder hotstone massage sondern gehört auch die beduftung das heißt wir haben in der tat auch das können sie testen haben wir vier verschiedene duftnoten die der fahrer wählen kann und bekommt dann ein sehr angenehmes klima auch sehr angenehmes duft klima nach seiner individuellen nach seinem individuellen wunsch bisher gab es ja immer nur stadt duft und über land duft wie ist das jetzt also ich würde sagen sie testen nach einmal die vier düfte die sind alle sehr angenehm und sie sind übrigens nicht nur sehr angenehm sind auch sehr gesund also wir haben auch sehr sehr reines klima sehr reine luft ja ionisierte luft also insofern wellness und wheels und die lichtstimmung ist veränderbar sind sie ganz stolz ja das gehört dazu die stimmung muss natürlich dann auch logischerweise durch ein entsprechendes ambientelicht einstellbar sein wir haben sieben verschiedene möglichkeiten das haben sie sicher nicht in ihrem auto ich zähle mal nach und melde mich dann aber es verbraucht sehr viel sprit sind denn die kundenbedürfnisse weltweit ähnlich kann man das sagen also wollen wir von einer s-klasse das gleiche was man in asien von der s-klasse will was man in nordamerika von der s-klasse will in den vereinigten arabischen emiraten also sind schon ähnlich aber nicht gleich also wir haben uns bei der entwicklung der s-klasse sehr sehr stark von den kundenansprüchen der welt inspirieren lassen das heißt wir waren sehr früh thomas weber mit mit dem auto auch mit prototypen autos in china in korea in usa und haben dort die ja die die wünsche der kunde entgegen genommen wir haben zum beispiel was glaube ich ganz interessant ist dieses mal die s-klasse zum ersten mal aus der langen version heraus entwickelt weil wir einfach sehen gerade in china was einer unserer wichtigsten märkte ist werden die die kunden meistens gefahren sitzen hinten und wir müssen von anfang an bei der weg eines fahrzeugs diesen diese kundenansprüche 100 prozent erfüllen deswegen war für uns ganz ganz wichtig wie gesagt in der sehr frühen phase mit unseren potenziellen kunden zu sprechen die ansprüche sind relativ ähnlich aber natürlich dann doch wieder in details anders ein beispiel wir werden die s-klasse in china nur in der langen version anbieten also nicht eine kurze so wie in europa weil wir einfach sehen dass dort selbst die kunden die selber fragen eben diese lang version haben herzlichen dank für ihre expertise dr schmidt dankeschön dankeschön